Aber auch richtig pervers viele Wachen. Wir machen sie einfach zu dritt, alle fertig, das ist so geil. Da wird Musik gehört? Ja, geil. Was sind denn das für Checkpoints, Alter? Ich check's nicht, da oben ist auch noch eins. Ich hab keine Ahnung. Bats, bats, bats. Ich will... Muss ich jetzt echt irgendwie Sniper spielen? Ja, okay, ich hab schon Bock drauf. Aber wenn mir gesagt... Wenn mir mal klipp und klar gesagt wird, wo ich lang muss, okay. Au. Aber muss ich da hinrennen, oder was? Was ist denn das? Ich hab keine Ahnung. Da war er, da war er. Warum stirbt der nicht? Okay. Okay. So, Sniper-Match verloren, würd' ich sagen. Au. Oder auch doch nicht. Goddammit. Lol. Manche gut da oben. Aber nicht gut genug. Okay, jetzt wird's aber ernst. Jetzt müssen wir mal Karof... Äh, Kaffarov mal natürlich. Nicht mal Kaffarov. Jetzt sind wir auch mal Nubik unterwegs. Mach gerade fertig mit der Shotgun. Bats, weg mit dir. Weg mit dir. Stürme jetzt einfach alles. Weg mit dir. Weg mit dir. Aus dem Weg, du Stück. Perimeter? Weg mit dir. Da war einer. Hab ich genau gesehen. Munition erstmal nachladen, natürlich. So wie sich das gehört. Au! Du Stück Scheiße, was schießt du auf mich, ey? Und die Map schaut mir ein bisschen auch nach Siebertürme, aber irgendwie auch nicht. Also die Treppen meine ich und alles. Ja, sorry, aber... Musste sein. Musste sein. Weg mit dir. Und die Treppen hoch. Und dabei, dabei. LOL. Nein, 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 nein. Ich hab keinen Bock hier zu sterben. Wir sind so... Ja, so nah am Ziel. So, die Bar hat ja auch mal bessere Zeiten. Batz, LOL. Was war denn das, Alter? Oh, Mann. Wir haben ja noch ein paar Granaten. Wir haben ja noch ein paar Granaten. Die haben wir uns angespart. Gibt eh alle keine Chance. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Da hat einer. Das ist ein Gegner, Alter. Warte, wir messern noch einen. Nein, lieber nicht. Nein, 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 nein. Das passiert immer. Wenn ich einen messern will, dann sterbe ich einfach. Das ist echt, das ist wirklich deprimierend, ey. Ich bin ja gerade schön hier, dann muss ausprobieren und dann verkack ich wieder dermaßen. Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Weg mit dir. Jetzt experimentiere ich nicht mehr. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Wo sind meine Teammates, ey? Die passen überhaupt nicht auf mich auf. Geh sterben, du Stück Scheiße, Alter. Wo sind denn meine Teammates? Alter, komm mal in die Flotten, du Hurensohn. Sorry, aber das ist wirklich so, ey. Die lassen sich da zeigen. Die schauen erstmal in die Einrichtung ein. Oh, schönes Sofa hole ich mir auch. Ne? Lebt der noch? Ich weiß nicht, der zuckt. Okay, down. So, hier wird wieder Dauerbeschuss sein. Leute, der lebt nicht mehr. Hier, schluck jetzt. Nachladen und weiter geht's. Die Schrotflinte gefällt mir aber irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Ja, wahrscheinlich, weil man wegen dem Magazin, dass man nicht alle einzeln nachladen muss. Oh, sorry. Das Mikrofon ist ein bisschen weit weg, vielleicht. Äh, dass man nicht alles einzeln nachladen muss, sondern ein ganzes Magazin reinsteckt und babumm, ne? Wo laufen die denn jetzt schon wieder hin? Warte mal, ich muss oben lang. Warum ist denn das, diese Markierung noch da? Das verstehe ich echt nicht. Das ist langsam wirklich ein bisschen... Was bist denn du für einer? Hände an der Nase kratzen. Äh, okay. Bisschen Hausfalt muss auch dabei sein. Oder was? Ja, alles wieder clean, würde ich sagen. Lol. Wo ist denn der? Da war der. Okay. Bisschen wenig Schuss, aber sonst ist sie ganz geil. Äh, ich wechsle mal meine Primär... äh, meine Sekundärwaffe. Meine Primärwaffe, das glaube ich. Skaha haben wir hier. Nehmen wir mal. Die Skaha, just for fun mit. Bestimmt schon runtergegangen. Doch, natürlich. Okay, wir nähern uns dem Tresor, würde ich sagen. Leute, keine Muni mehr. Ja, geiler Scheiß. Auf jeden Fall, Alter. Ja, sorry, Leute, aber ich muss hier mal ein bisschen nachladen, ne? Ah, ich hoffe, ihr versteht es. Ich hasse unsichtbare Wände. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber... Ich hasse unsichtbare Wände. Das ist jetzt wirklich zum Kotzen, ey. Und sei nicht gewusst, wie viel Schuss wir haben und... Boom. Genatzt haben sie uns. Die Spiele-Macher natürlich. Wir haben wieder... Oh, was war das denn? Nein! Oh, Mann, das war knapp. Wir haben natürlich wieder... Voll... Granaten-Powern, so. Hier sind Skistände unten, ja. Geil, im Keller. Will ich auch haben. Wer nicht? Wer träumt davon? Nicht. Nein, warum sterben die nicht? Warum sterben die nicht? Oh, Mann, die sterben einfach nicht. Ihr schlucket. So, das war's jetzt aber, oder? Es ist ein Tresor, Alter. Ich hörte sie. Das hab ich mich auch gefragt. Scheiße. Was schießen die? Jungs. Da ist nix. Ja, ähm... Und... Cool hier. Mit so... Gestein und so. Ja. Oh, die hier... Hier war eine. MG. Aber ich weiß nicht, worauf die schießen, Jungs. Das ist gar nix. Ah, ich hab wieder keine Muni. Achso, ich muss mich da runter bewegen. Okay. Achso. Ja. Das wird ja aber einem echt nicht gesagt, wo man den muss. Oh, ne. Das ist so ein Übungsplatz, ey. Wir können ja hinter jeder Ecke lauern. Und irgendwann kommt ein Nahkampf. Und da hab ich verkackt. Oh, Mann, ey. Ich hab ein bisschen Schiss. Echt so ein bisschen Schiss. So ein gewisser Respekt. Von Aufgaben muss man natürlich auch haben. So, weg mit deinem Kopf. Nein, 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 nein. Genau das hab ich versucht zu vermeiden. Dass hier auf einmal tausend Leute vor mir stehen. Und ich einfach keine Chance habe, weil ich genau noch einen Schuss drin hatte. Und mit einem Schuss kann man einfach nicht tausend Leute umbringen. Okay, es waren vielleicht nicht tausend. Es waren vielleicht nur 99, aber darum geht's nicht. Ach, ich hasse euch, Jungs. Ich hasse euch. Ich hasse euch. So, jetzt können wir uns aber wenigstens eine anständige Waffe mitnehmen. Irgendwie was mit der hier. Und wir laden erstmal nach, natürlich. Okay. Taglad lassen wir natürlich an. Wir sind ja nicht lebensmüde. Und wir machen das Ganze nochmal. Achso, ich hab nicht... Äh, ich hab die falsche Waffe mitgenommen. Lol. Einfach immer auf die Lichter schießen. Das ist der Vorteil, den man als Player hat. Nein, da ist ein MG, Alter. Nicht geil. Da ist ein verhurtes MG. Alles ist immer... Zur Info, wer es nicht geblickt hat. Das ist der, 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 der Gegnerfunk-Spruch-Dinges. Jetzt. Ja, drumherum, okay. 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 Okay, dann auf einmal ist die Tür hier offen. Natürlich auch Style. Okay, ein Schuss. Sieht ja auch schon mal geil. Da läuft immer einer. Ich hör den. Das geht mir so auf den Piss. Genau. Triggerpoint. Wo sind die Gegner? Solange sie nicht irgendwie Granaten werfen und ich mich nicht verstecken... Wieso... Wieso stirbt der nicht, Alter? Weil ich das scheiß Geländer treffe und die Kugel einfach nicht durchs Geländer gehen. Wo bist du? Mit die Fresse, ey. Puh, das war knapp. Kann natürlich auch ein richtig geiles Gefühl sein. Wenn du hier in dem Trainingslager von denen bist und die kennen ja wirklich jeden Winkel. Oh, Mann. Ah, das sind meine Homos... Homies natürlich. Äh, Homies, ja. Nicht Homos. Genau. Äh, genau. So, der Feuerlöscher geht nicht ab. Doch, der geht ab. Lass mich in Ruhe. Ah, okay. Das ist nur ein Pfeil. Lol, schon wieder so ein scheiß Molli oder was? Äh, äh, der zerbumst gerade seinen ganzen Keller. Das ist ja mal übel, Scheiße. Eins, zwei. Ich hör den Heli. Ach, du Scheiße. Scheiße. Ich bewege mich hierhin. Und jetzt? Come on, I hope you're in common. Lippete. Ich hab den Piloten in sein verschissenes Gesicht geschossen. Ich darf jetzt nicht so laut sein, aber ich hab ihn in den verschissenes Gesicht geschossen. Und der stirbt nicht. Warum stirbt der nicht? Warte mal, wenn ich jetzt das noch einmal machen muss. Ah, nee, es geht. Glaub ich. Warum er nicht mit einem Schuss stirbt, weiß ich nicht. Okay. Wo, ich will jetzt nicht vorlaufen, weil so, äh, gut, irgendwie eine Fehlzündung und alle gehen drauf. Da oben. Hier war eins, zwei. Und jetzt rushe ich einfach mal, okay? Ich rushe. Ich rushe einfach. Dabei, dabei, dabei. Verpiss dich. Du bist also Kaffaroff. Oh, der Heli stürzt ab, Alter. Der Heli. Der Heli.